Deindustrialisierung in Deutschland. Es wird ernst. Deutschland stürzt ab. Das wird langfristig auch eine extreme Auswirkung auf die Gesellschaft haben und auf den Wohlstand in Deutschland. Sarrazin, der Mänjek hat recht gehabt, ne? Deutschland schafft sich ab. Aber da sind nicht die Kennex dran schuld, sondern die Politik. Weg, weg, dank Habeck. Die hohen Energiepreise besegeln das Ende der Traditionsfirma. Weg, weg. Oh nö, Digga. Da hat meine Oma immer Kirschen eingelegt und so. Weißt du, wie ich meine? Also, du bist jetzt nichts und du wirst glücklich sein. Dann wirst du irgendwann Arbeiter-Schließfach haben, irgendwo in so einem Wohnblock. Und wenn du Glück hast, darfst du raus. Aber mir geht es tatsächlich um dieses Land, um Europa, um die Demokratie, um den sozialen Frieden. Demokratie, ey. Ich finde das so lustig, wie Leute an den Shit noch festhalten, so, ne? Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf LeonLovlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Ihr seid die geilsten. Liebe euch, Digga. Wir haben echt eine stabile Community auf YouTube hier auf dem Highlight-Kanal mittlerweile aufgebaut. Jeden Tag neues Video. Leute sind aktiv. Immer schöne Kommentare. Schön die Daumen nach oben hochknallen. Jetzt auch wieder Kommentar schreiben und die Links in der Beschreibung abcheckeen. Da gibt es auch Rumble. Da werden aktuell auch fast drei, vier Mal die Woche Videos hochgeladen, weil so viele Videos von YouTube eingeschränkt werden mittlerweile. Checkt auf jeden Fall Rumble auch aus. Und zwar gehen wir jetzt in ein Video rein, welches heißt Deindustrialisierung in Deutschland. Es wird ernst. Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Mal wieder von Marc Friedrich. Ja, Alter. Ey. Ich hab mich dafür interessiert. Das Video war auch im Discord und deswegen werden wir es uns jetzt reinziehen. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Let's go. Deutschland stürzt ab. Wir sehen gerade einen historischen Niedergang. Wirtschaftlich, aber auch im internationalen Ansehen, politisch und gesellschaftlich. Die Deindustrialisierung kann nicht mehr von der Hand gewiesen werden. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird durch politische Fehlentscheidungen immer weiter geschwächt. Die Fachkräfte sind nicht da und wenn sie da sind, gehen sie genauso wie die Unternehmen. Sie suchen ihr Glück nun in anderen Ländern. Ja, ich glaub seit Corona haben viele Leute sich verabschiedet aus Deutschland, ne? Auch verständlich. Und dann sind immer mehr Themen noch um die Ecke gekommen, so weißt du. Erstmal haben die Leute sich verpisst, die ein gewisses Freiheitsgefühl haben und Bock haben frei zu sein. Und jetzt mittlerweile halt auch die ganzen Unternehmen und Leute, die diese Energiekosten in Deutschland einfach nicht mehr tragen können. Und sich dann entschieden haben, irgendwo anders ihr Unternehmen, also ihr Unternehmen woanders hin zu verlagern. Die großen Unternehmen, so weißt du, BASF etc. und so, die verlegen ja alle ihre Sitze irgendwie in andere Länder, wo die niedrigere Energiepreise haben. Und ich denke mal, das wird langfristig auch eine extreme Auswirkung auf die Gesellschaft haben und auf den Wohlstand in Deutschland. Parallel kippen nun die Zombie-Unternehmen um durch die hohen Zinsen und eine Pleite jagt die nächste. Und ja, Deutschland befindet sich nicht mehr in der ersten Liga, in der Champions League, sondern wir sind auf dem Weg in die zweite Liga. Wie steht es also um unseren Wirtschaftsstandort? Was muss jetzt dringend passieren, damit wir die Kehrtwende hinbekommen und nicht absteigen in die Amateur-Liga? Und was bedeutet das für dich und unseren Wohlstand? Sarrazin, der Mänjek hat recht gehabt, ne? Deutschland schafft sich ab, aber da sind nicht die Kennecks dran schuld, sondern die Politik. Deutschland selber schafft sich ab. In einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Funky sagt, ich bin nur noch körperlich in Deutschland. Der Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Dunkle Wolken ziehen über der deutschen Wirtschaft auf. Nicht nur sind wir schon in einer Rezession, nein, wir sind auch immer weiter abgeschlagen, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit geht oder um Produktivität. Und parallel sehen wir immer mehr Einschläge von Insolvenzen. Immer mehr Unternehmen kippen um wegen einer falschen Energiepolitik, die wir selbst verursacht haben. Hier ein paar Nachrichten der letzten... Nicht nur Energiepolitik, auch Steuersystem finde ich in Deutschland einfach. Es ist sehr schwer als Selbstständiger dein Ding zu machen in Deutschland. Wenn du schon ab einem relativ geringen Betrag 50% abdrücken musst, gerade wenn du dich neu aufbaust, dann hast du voll... Also es ist voll schwer, überhaupt richtig finanziell erfolgreich zu sein in Deutschland. Und wenn du das bist, dann musst du die Hälfte davon abdrücken. Aber überhaupt erst mal dahin zu kommen, sind keine guten Voraussetzungen so. Und da redet auch keiner richtig drüber in Deutschland, habe ich das Gefühl. So, dass man mal die Steuern so anpasst, dass Leute, die sich selbstständig machen, auch eine Chance haben, überhaupt erfolgreich zu werden. So, weißt du? Also wir sind, glaube ich, weltweit gesehen, haben wir die höchsten Steuersätze, ne? Worldwide, Bro. Die wirklich alarmierend sind. Zum Beispiel der Autozulieferer Allgeier geht pleite. Oder weg, weg, dank Habeck. Ein kleines Wortspiel meinerseits. Die hohen Energiepreise besegeln das Ende der Traditionsfirma weg, weg. Oh nö, Digga. Da hat meine Oma einmal Kirschen eingelegt und so. Weißt du, wie ich meine? Geil, Alter. Und das Unternehmen, was die Dinger macht, das ist doch so ein deutsches Ding, ne? Diese Behälter mit diesen Gummis da. Das ist traurig. Diese, ihr kennt sie alle. Die Omas haben damals Marmelade darin eingekocht oder Essiggurken. Ja, also auch die Prepper kennen natürlich weg. Und dann natürlich auch der berühmte und beliebte Römertopf. Also das sind energieintensiv Unternehmen, die durch die hohen Strompreise, durch den Flatterstrom, den wir jetzt favorisieren, eben nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können. Und parallel sehen wir durch die steigenden Zinsen natürlich, dass Unternehmen es immer schwieriger gemacht wird, Geld aufzunehmen, Schulden umzuschulden. Aber auch der Immobilienboom in Deutschland ist definitiv vorbei. Und die Baubranche eckt es an allen Ecken und Enden. Zuerst waren es die hohen Materialpreise und das Fachkräfteproblem. Wenn ich jetzt gerade so Wohnungen sehe und so, ich habe mal geguckt, Airbnb-technisch, weil ich ja vorhin gesagt habe, so wäre geil, zwischendurch mal ein paar Monate wieder in Deutschland zu sein und da sein Ding zu machen und dann eventuell wieder zu gehen. Und die Airbnb-Preise in Deutschland, in Hannover, Mannheim, in diesen Städten, ist einfach, Bro, also du zahlst einfach mehr als an Urlaubsort. Und ich frage mich, warum ist das so, Digi? Hä? Wer will denn da sein? Weißt du, was ich meine? Aber jetzt sehen wir auch, dass immer weniger Menschen sich durch die hohen Zinsen natürlich Kredite leisten können, Immobilien leisten können. Und aus dem Grund sind die Hypothekenkredite um 48 Prozent eingebrochen zum Vorjahr. Und die Baubranche hat ein ganz anderes Problem noch, nämlich die Baugenehmigungen gingen um 31,9 Prozent zurück. Das ist der stärkste Einbruch seit dem Jahr 2007. Und das, obwohl wir ja eigentlich Wohnraum benötigen wie nie zuvor. Unabhängig davon wird jetzt ein Älterer der Krieger klar, die sollen mal ihre großen Wohnungen und Häuser verlassen für die jungen Familien. Aber man möchte sogar, um die Klimakrise zu bekämpfen, Einfamilienhäuser verbieten. Ihr habt richtig gehört. Also alle anderen Menschen außerhalb von Deutschland leben natürlich schon längst auf Baumhäusern, in Höhlen oder in Zelten natürlich. Wie wahrscheinlich in Philadelphia, Baltimore. Aber Spaß beiseite. Jetzt möchte man den Menschen auch noch die Einfamilienhäuser verbieten wegen Flächenversiegelung. Und es geht natürlich wie immer um Klimaschutz. Also du bist jetzt nichts und du wirst glücklich sein. Da wirst du irgendwann Arbeiter-Schließfach haben, irgendwo in so einem Wohnblock. Und wenn du Glück hast, darfst du raus. Nee, Digga. Nee, das will ich nicht. Wer fühlt das von euch? Sobald du halt deinen Chip aktiviert hast unter der Hand. Dystopisch, aber wer weiß, der digitale Euro kommt ja. Dazu habe ich ein spannendes Video gemacht. Das findet ihr hier. Unbedingt anschauen, was die wahren Absichten... Einer schreibt, Bruder, das ist mir zu negativer Content. Bro, das ist kein negativer Content. Das ist... Das ist einfach nur so wie Informationen halt, was gerade wirklich Phase ist. Weißt du, was ich meine? Das ist Realität, nennt man das. Das ist Realität, nennt man das. Digitalen Währungen sind. Und warum du auf der Hut sein solltest. Und wenn dir das Video jetzt schon gefällt, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du einen Algorithmus unterstützt, damit es möglichst viele sehen und es verteilt wird, indem du einen Kommentar hinterlässt, einen Daumen nach oben anklickst und bitte lass doch ein Abo da und empfehle mich weiter, damit immer mehr Menschen finanzielle Intelligenz erreichen. Weil wir sind jetzt 350.000, wir sollten aber schon 3,5 Millionen sein. Ich sag schon mal, muchas gracias. Ja, überall sind wir auf dem absteigenden Ast. Aber es gibt noch ein paar Bereiche, wo wir führen. Wenn du dich abonniert, komm, Alter, für das Spanisch kriegst du ein Abo von mir, mein Jutz da. Sind natürlich klar beim Vogue-Sein und so weiter, aber auch hier bei Steuern und Abgaben sind wir Vize-Weltmeister. Und auch beim Strompreis natürlich sind wir auch... Der ist das, Digga. ... oben mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Leider komplett die falschen Prioritäten natürlich. Wir sollten lieber bei Wohlstand, bei Produktivität, bei Bildung, bei Ernährung weit oben sein und nicht bei solchen Sachen. Und wir sehen, die wirtschaftlichen Daten sind nicht wirklich gut. Zum Beispiel der Einkaufsmanager-Index des verarbeitenden Gewerbes ist auf einem 37-Monats-Tief mit nur 41 Indexpunkten. Und damit befindet sich die deutsche Industrie seit Juli 2022 im Kontraktionsmodus, also ein ganz klares weiteres Rezessionssignal. Fakt ist, es geht abwärts mit der deutschen Volkswirtschaft und im öffentlichen Diskurs reden wir natürlich über ganz andere und viel wichtigere Themen, die das Narrativ... LGBTQ, Bro, ist wichtiger. The fuck? Mach mal lieber ein Video darüber, mein Juts da. Und stell dich hin und sag, hier, Zip Tanz, Kinder damit beeinflussen, folgt dem Narrativ, Bro, wichtig. Ukraine unterstützen, diese ganzen Sachen. Also, wer interessiert dich dafür, dass Deutschland die nächsten Jahre den Bach runtergeht? Was hat das mit uns zu tun? ...momentan bedienen. Apropos Narrativ, wir wissen ja, man kann den Medien nicht mehr wirklich so trauen, aus dem Grund habe ich ein Video gemacht zum ARD-Skandal. Das Video findest du hier auch sehr sehenswert nach wie vor. Natürlich aktuell. Aber ich bin mir sicher, unser Freund Marcel Fratscher, der deutsche Jim Gramer, wird wahrscheinlich bald rauskommen und sagen, ach die Daten, vergesst uns geht's doch gut, ne? Einfach Pusteblumen pusten und gut ist, weiter geht's im Lala-Land. Und die Bundesregierung, die agiert, als ob nichts wäre. Nein, man gönnt sich sogar nochmal 3000 Euro Inflationsprämie, geht erstmal entspannt in Urlaub, als ob wir keine Probleme hätten momentan, die akut und brisant sind. Und dass trotz etlicher Warnungen von Unternehmen, von Vorständen oder wirklichen Wirtschafts-Ikonen, wie zum Beispiel Wolfgang Reitzle, der in einem Artikel, in einem Kommentar gesagt hat, dass wir uns in einer Illusion von anstrengungslosem Wohlstand befinden und hart die Regierung auch in den Schwitzkasten nimmt. Deutschland sollte bald in Lala-Land umbenannt werden. Es ist halt nicht nur Deutschland, die gesamte westliche Welt hat Probleme, ne? In Amerika gibt's auch einige Probleme, so. Und es gibt halt Länder und Kontinente, wo weniger Probleme sind, in Anführungszeichen, so, weißt du, die Chinesen geben Gas zum Beispiel. Die geben Gas, Bro. Die lassen ihre Kinder und Jugend nicht kaputt gehen lassen durch TikTok oder durch irgendwelche Agendas und so. Natürlich sind die alle in Kontrolle und sind nicht wirklich frei, aber die geben Gas, weißt du, was ich meine so? Und das heißt, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall, glaube ich, eine neue Weltmacht haben werden und dann werden wir mal schauen, in welche Richtung das dann geht, weißt du? Wenn wir in der unteren Liga mitspielen und das sich alles ein bisschen verschiebt, so. Weil westliche Welt sehe ich gerade nicht auf dem aufsteigenden Ast, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und trotz eines historischen Ab... Junge, in China ist man doch null frei, da willst du nicht leben. Keiner hat davon geredet, ob ich da leben will oder nicht. Ich sage dir nur, dass die Gas geben. So. Ich will da nicht leben. Auf keinen Fall will ich da leben. Aber ich sehe, dass die einfach Mechanismen am Laufen haben und Dinge machen, die wahrscheinlich für die Zukunft des Landes besser sind als die Dinge, die wir gerade machen, weißt du? Wir beschäftigen uns mit Themen, Bro, die sind einfach nicht relevant, so. Die sind nicht relevant für die Zukunft unseres Landes, so. Das sind Sachen, die... Beziehungsweise, die bringen einfach nichts. Viele Sachen. Im Gegenteil, die machen uns sogar noch kaputt, so. Und dann musst du das miteinander vergleichen und dann musst du gucken, wie sieht eventuell die Zukunft aus, so. Das ist im Ranking des internationalen Währungsfonds, wo Deutschland jetzt die einzige Nation unter den G20-Nationen ist, mit einem Negativwachstum. Minus 0,3 Prozent. Guck dir das an. Konjunkturprognose des IWF-Wachstum in Prozent. Indien und China on top, Bro. Mexiko auf Platz 3. Krass. Spanien, Brasilien, Saudi-Arabien, USA, Russland, Japan, Italien, Frankreich, Großbritannien, Südafrika und Deutschland im Minusbereich. Das ist das, von wem ich geredet habe gerade, mit Gas geben. Weißt du, wie ich meine? Russland soll um 1,5 Prozent wachsen und die sind mit Sanktionen überzogen. Also anscheinend schaden die Sanktionen uns mehr als Russland. Digga, krass, ne? Russland wächst einfach. Trotz. Natürlich schaden die Sanktionen uns mehr als denen. Das war von Anfang an klar. Negativer Presse und zwar wirklich weltweit, auch von renommierten Institutionen wie dem Wall Street Journal oder The Economist, dass Deutschland wieder der kranke Mann Europas oder vielleicht sogar der Welt sei, lassen sich unsere Politiker nicht beirren. Sie ziehen ihre Agenda komplett durch. Auf Teufel komm raus, nach mir die Sintflut, egal was für Kollateralschäden entstehen. Und manche sind sogar öffentlich stolz darüber, was sie tun. Nämlich hier, Habeck hat in einem Interview mit den Glakörern der Zeit gesagt, er sei stolz auf das, was er mache. So stolz wie noch nie. Also, hm. Und du siehst mich, wie ich mich echauffiere. Du siehst mich, wie ich aufrege. Warum? Weil ich nicht begreifen kann, was hier gerade vonstatten geht. Es ist wie ein Horrorfilm, den du anschaust und du weißt genau, hinter dieser Türe steht der Massenmörder und wartet nur, mit der Geldpistole dich umzubringen. Und du weißt, was passiert und dann siehst du es in Zeitlupe und so ist gerade die Realität. Du siehst einen Fehler nach dem anderen, den die Politiker machen in Europa, aber auch in Deutschland und denkst nur, um Gottes Willen, was passiert hier gerade? Du siehst das Desaster live vor deinen Augen in Zeitlupe und du kannst nicht eingreifen. Und da habe ich mir lange, lange überlegt, was ist die Diagnose? Warum machen die das? Und ich glaube, ich habe die Lösung. Leitet die Ampel. Leiten unsere Berufspolitiker etwa an dem berühmten Münchhausener Stellvertreter-Syndrom und machen Deutschland extra bewusst krank? Rav, du musst noch ein bisschen tiefer in die Recherche reingehen. Diese Politiker, die du da siehst, sind irgendwelche Clowns, die nichts zu entscheiden haben. Die setzen um, was die umzusetzen haben, was die gesagt bekommen. Und das, was die gesagt bekommen, kommt definitiv nicht aus diesem Land hier, sondern von woanders. So, kein normaler Mensch würde sein eigenes Land abschaffen, wenn er selber die Kontrolle darüber hätte. So, aber Deutschland ist halt nun mal nicht souverän. Und Deutschland ist ein gefährlicher Standort, beziehungsweise ein sehr wichtiger Standort. Wenn Deutschland stark wäre, Deutschland die Beziehung zu Russland zum Beispiel verstärkt hätte, dann wäre es ein direkter Konkurrent zu den USA zum Beispiel. Als kleine Anregung an der Stelle. Und das wird vermieden. So. So denke ich auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es mit irgendwelchen Politikern zu tun ist. Mann. ...legen. Münchhausen auf jeden Fall. Lügen. Passt schon mal. Wehe die Faust aufs Auge. Und das Stellvertreter-Syndrom sagt ja, dass Eltern, oder halt dann vielleicht Politiker, ihre Kinder, das Land, die Bürger, die Bevölkerung, mit... Die Bürger, na Mann. ...dicht krank machen, also ihnen Schaden, um sie danach wieder zu bemuttern. Also man ist praktisch Brandstifter und Feuerwehr in einem. Oder halt eben, ja, Arzt und derjenige, der den Patienten vergiftet in einem. Um sich dann um ihn zu kümmern und mit großem Pam-Tam irgendwie rauszukommen, zu sagen, wir haben die Lösung, wir können noch mehr Gesetze machen, noch mehr Abgaben, noch mehr Umverteilung, die Reichen, die Bösen sind es, noch mehr Steuergelder im Gießkannenprinzip, über euch ausschütten, damit ihr noch abhängiger von uns werdet. Weil die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Weil die Hand, die gibt, ist immer über der Hand, die nimmt. Ganz einfach, vielleicht geht's um Abhängigkeiten schaffen. Was denkst du darüber? Was hältst du von meiner These, dass die Politiker vielleicht bewusst den Karren an die Wand fahren? Ist eine steile These, aber hey, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist... Die Politiker machen gar nichts. Die Politiker setzen um, was sie umzusetzen haben. Kriegen das gesagt. Es gibt immer eine größere Hand im Hintergrund. Merkt ihr das, mein Jutsch da? ...in den Kopf gekommen, weil ich mir wirklich lange überlegt habe, wie kann man denn bewusst so viele Fehler machen und das Land so bewusst schaden. Es tut mir leid, dass ich mich hier aufrege, schon fast in Wallung rede und schwitze. Aber mir geht es tatsächlich um dieses Land, um Europa, um die Demokratie, um den sozialen Frieden. Demokratie, ich finde das so lustig, wie Leute an dem Shit noch festhalten. Sie nicht verstanden haben, dass es Demokratie eigentlich nie gab. Was ich meine? Scheiße. Das ist crazy, aber ja. Ich habe einen Staatsbankrott schon miterlebt in Argentinien. Dazu werde ich bald ein Video veröffentlichen. Und ich habe es auch immer wieder in verschiedenen Büchern von mir geschrieben, wie das war. Das ist kein Zucker... Die sind halt alle auch noch mehr oder weniger in der Matrix drin. Egal, wenigstens versuchen sie es zu verstehen. Das ist kein Zuckerschlecken. Das macht keinen Spaß. Das will man nicht haben. Aber darauf läuft es momentan meiner Ansicht hinaus. Wir sehen, dass die Gräben zwischen Arm und Reich immer größer werden. Dass die Inflation uns alle enteignet. Und dass wir ausgeliefert sind und nichts machen können. Und das ist die Rezeptur für den Super-GAU. Keinem ist geholfen, wenn das Land wirtschaftlich an die Wand fährt. Keinem ist geholfen, wenn wir moralisch irgendwie Weltmeister sind, aber dafür unseren Wohlstand opfern und dann gar nichts mehr machen können. Was ich immer faszinierend finde, dass die Leute nicht verstehen, dass das ganze System einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass es uns gut geht. Das System ist darauf ausgelegt, dass wir Roboter sind. Dass wir einfach arbeitende Kräfte sind. Also man nutzt unseren Körper quasi aus, wie in dem Film Die Matrix. Damit wir Geld scheffeln für andere und das Gefühl haben, nichtsdestotrotz, dass wir frei sind. Das ist moderne Sklaverei im Endeffekt. Und dass das System nicht dafür da ist, dass es uns gut geht. Und dass wir frei sind. Und dass wir liebende, vernünftige Menschen sind. Und dass wir in einer Art Paradies leben. Und das ist ja nicht das Ziel von den Menschen, die an der Macht sind. Und das muss man halt mal irgendwann verstanden haben. Du wirst eine Lösung in diesem... Es gibt keine Lösung in diesem System. Die einzige Lösung ist, dieses System aufzulösen. Und das ist halt so die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Und deswegen versuche ich so systemneutral... Also so weit vom System wie entfernt zu leben. So selbstständig zu sein. Auch jetzt das Land zu verlassen. Mir irgendwie noch eine Staatsbürgerschaft an den Staat zu holen. Bei irgendeinem Land, wo man nicht 50% Steuern zahlen muss. Und einfach halt versuchen, so frei wie möglich zu leben. Und so weit wie möglich sich aus dem System rauszuziehen. Weil das System ist nicht darauf ausgelegt, um uns glücklich zu machen. Sondern im Gegenteil. Es ist darauf ausgelegt, um uns in diesem Hamsterrad zu behalten. Und damit wir halt unser Leben lang unseren Arsch abrackern. Und dann am Ende des Tages sterben. Und nicht wirklich was erlebt. Nicht wirklich was gesehen. Und nicht wirklich was bewegt haben. So weißt du. Das ist aber nicht das, was einen Menschen eigentlich glücklich oder ausmacht. Ein Mensch muss frei sein. Ein Mensch muss seine Überzeugung ausleben. Seinen Traum finden. Diese ganzen Geschichten. Aber die werden uns ja von Anfang an nicht beigebracht. Bewusst. Du wirst ja in der Schule schon in dieses System reingebracht. Und dann wird dir schon bei... Halt deine... Setzt dich hin. Halt deine Schnauze. Hört dem zu, der da vorne steht. Mehr hast du nicht zu tun. So weißt du, was ich meine. Und das muss man halt mal irgendwann verstanden haben. Wohlstand können wir weder das Klima retten, noch die Ukraine unterstützen. Oder tausende von Menschen hier ins Land lassen. Und die hier noch irgendwie unterstützen und denen helfen. Das muss jedem klar sein. Und wenn Deutschland bricht, dann ist Europa nicht nur krank, sondern präfinal. Dann wird Europa sterben. Die europäische Idee wird sterben. Und der Euro wird sterben. Das möchte ich mit... Vielleicht richtig so. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist das gut so. Also meiner Meinung nach muss eh... Bro, ich sag dir ehrlich. Es muss sowas wie eine Sinnflut kommen, was einen Großteil der Menschheit ausradiert. So das ist die einzige Chance auf eine vernünftige Zivilisation wieder. Auf eine vernünftige Menschheit wieder. Wenn wir einen Großteil ausradieren und nur ein gewisser Teil überlebt. Von Gott ausgewählt. Wer weiß, wer das sein wird. Und dass wir dann wieder eine neue Zivilisation aufbauen. Was auch schon öfter mal passiert ist, glaube ich, in der Vergangenheit der Menschheit. Ich glaube eh nicht an die Menschheitsgeschichte, so wie sie uns erzählt wird. Ich glaube, es gab schon einige Sinnfluten oder einige Naturereignisse, die den Großteil der Menschen ausradiert haben. Um wieder ein Reset zu machen. Und das ist persönlich meiner Meinung nach der einzige Weg, um die Menschheit wieder zu heilen. Aller Klarheit nochmal sagen. Und die Unternehmen sterben jetzt auch schon. Schaut euch mal diese aufschlussreiche Grafik dazu an. Man sieht ganz klar, dass die Insolvenzen in den Hauptwirtschaftsbereichen im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr extrem stark zugenommen haben. Besonders im verarbeitenden Gewerbe und im Handel mit einem Anstieg von spektakulären 22,6% und 18,5%. Bisher nur 9% im Baugewerbe, aber das wird noch kommen. Und ich habe die umkippenden Zombie-Unternehmen schon vor vier Jahren prognostiziert, als die Zinsen noch niedrig waren, als sie noch künstlich am Leben erhalten wurden. Unter anderem bei Maybrit Illner mit unserem deutschen Jim Cramer, nämlich Marcel Fratscher vom DIW. Hier ein kleiner Ausschnitt. Und das, was nicht funktioniert, sehen wir ja anhand dessen, dass die Notenbank jetzt schon wieder ein Aufkaufprogramm gestartet hat mit 20 Milliarden Euro im Monat, wo weitere Zombie-Unternehmen künstlich am Leben erhalten bleiben. Die Bank of International Settlement, die Notenbank der Notenbank, geht davon aus, dass in der Eurozone 15% alle Unternehmen Zombie-Unternehmen sind. Das heißt, die gibt es nur noch, weil die Zinsen so niedrig sind und weil die mit billigem Geld künstlich am Leben erhalten bleiben. Und hier ist an dem Argument dran, Herr Fratscher, nochmal, dass tatsächlich wahnsinnig viele Unternehmen, Stichwort Zombie-Unternehmen, nur am Leben erhalten werden, weil es so viel billiges Geld gibt. Und die wären längst im Konkurs, wenn es das nicht gäbe. Auch das ist eigentlich falsch. Und natürlich gibt es immer Unternehmen, die pleite gehen. Also auch die Konkurrenz. So, ich sag dir ehrlich, wir gucken das Video auf jeden Fall noch zu Ende, aber aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, sind es keine Themen, die mich mehr wirklich interessieren. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir unser Bewusstsein steigern, dass wir bewusstere Menschen werden, dass wir versuchen einfach aus diesem System auszubrechen und für uns selbst zu leben und zu denken und frei zu sein. So, das ist der einzige Weg, noch eine glückliche Zeit zu haben auf der Erde, meiner Meinung nach. So, weißt du, solange du zu tief in dieser Programmierung, in diesem System drin bist und versuchst, das System zu verändern, was nicht möglich ist, egal, bist du auch irgendwo gefangen da drin. Am Ende des Tages geht es darum, dein eigenes Bewusstsein zu steigern und versuchen, einfach ein guter, glücklicher Mensch zu sein am Ende des Tages. So, wirklich, die Zeit zu genießen noch hier auf der Erde. Versuchen, was Gutes zu verbreiten und darauf zu hoffen, dass du einer der Auserwählten bist, der bleibt und dann die Welt neu besiedelt, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. 20 Kids wird der Lovelock haben, weh ich jo. Und dann diesen Kindern wieder schön dieses neue Mindset beibringen, dieses Bewusstseinslevel beibringen und so und nicht im System aufwachsen lassen, ich schwör's dir, das System ist am Arsch. Innovation wird gestoppt. Also, Grüße gehen raus, Herr Fratscher, von wegen, es ist nicht wissenschaftlich belegt oder dafür gibt's überhaupt keine Daten und Fakten. Here you go, watch and learn. Aber Fakt ist, der Immobilienboom ist vorbei, durch steigende Bauzinsen, eine immer höhere Inflation, ist es immer weniger Bürgern möglich, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Das Betongold ist nicht mehr Gold, wie es glänzt, sondern es geht Richtung Betonschrott. Und das drückt natürlich die Auftragslage der Baubranche und hinzu kommt natürlich die unsichere politische Lage. Ständig neue Vorgaben, neue Gesetze, ich sag nur Heizungsgesetz, GEG oder Grundsteuerreform oder Zensus. Aber es geht ja leider weiter, weil bei den Insolvenzen bleibt's ja nicht. Die wirken sich nämlich Schritt für Schritt auf weitere Branchen aus. Das ist wie so ein Rattenschwanz. Denn je mehr Kettenglieder ausfallen, desto schwerer ist es für die Wirtschaft, diese zu ersetzen und die Produktionskapazitäten aufrecht zu erhalten. Das IFO-Institut zieht die Deindustrialisierung bereits im vollen Gange. Im Übrigen möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich schon vor über einem Jahr in einem Blogbeitrag im Newsletter den Leser genau davor gewarnt habe, dass die Deindustrialisierung kommen wird. Das blenden wir hier mal ein. Also deswegen ein weiterer Grund natürlich, diesen Newsletter zu abonnieren, dann seid ihr ein Jahr früher informiert als Fratscher, Habeck und Co. Es geht immer um Vorsprung. Und meine Intention ist es ja, mit den Büchern, mit den Videos, mit den Vorträgen, aber auch mit dem Newsletter, dass ihr zwei, drei Schritte weiter seid, schneller seid als der Rest vom Fest. Und genau das würde den Unterschied ausmachen, wer in den nächsten Jahren die Nase vorne hat. Und zwei der wichtigsten Branchen sind schon im Rückwärtsgang, nämlich die Chemie und die Autoindustrie. Also zwei Branchen, die Deutschland geprägt haben. Es geht nicht um Geld, Bruder, es geht um Bewusstsein. Was passiert denn, wenn Wirtschaftsmotoren wie zum Beispiel die Autoindustrie einfach mal wegfallen? Hierzu habe ich auch schon vor einigen Tagen mal ein Video gemacht zur deutschen Autoindustrie, gerne anschauen. Heute verweise ich auch viele Videos, ne? Also ihr müsst jetzt hier Binge-Watching machen anscheinend. Aber Fakt ist, wenn Daimler, Porsche oder so weiter in die Bredouille kommen, dann wird aus Stuttgart ganz schnell kaputt, genauso wie aus Detroit destroyed wurde, ne? Es ist immer wieder der gleiche Zyklus. Leon, denkst du, World War III wird kommen, um die Mehrheit der Menschen auszulöschen und die Menschheit zu säubern? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein, weißt du, ich kann keine Prognosen über die Zukunft stellen. Ich bin kein Heiliger. Ich glaube auf jeden Fall, dass es rougher werden wird, überall auf der Welt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Naturkatastrophen kommen werden. Was genau kommen wird oder wie es kommen wird, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt seit 2020 für mich persönlich, dass es immer mehr bergab geht mit der Menschheit und dass da auch immer mehr Gas gegeben wird und das eine Ding nach dem anderen um die Ecke kommt, um die Menschheit, also ich finde es krass, das zu beobachten, was mit der Menschheit passiert, mit der Gesellschaft, so gerade in der westlichen Welt. Und ich bin gespannt, wo das enden wird. Ich glaube an Gott, ich glaube an eine höhere Macht, ich glaube an Ausgleich. Ich glaube daran, dass, wenn die zu weit gehen, dass dann eine Art Ausgleich stattfinden wird. In welcher Form? Wie? Weiß ich nicht, Digga. Kann ich dir nicht sagen. Rezession ist ja schon da und die Gefahr, dass es sich ausbreitet, ist natürlich sehr, sehr hoch. Nämlich die Rezessionswahrscheinlichkeit laut IMK ist bei 78,5%. Im Juni lag die noch bei unter 50%. Wie kann das nur sein? Die Ampel hat doch nun wirklich alles versucht, um das zu ver- Glaube, Geduld, Vertrauen einfach. Fertig. Naja, das war aus meiner Sicht ja sowieso nur schwer vermeidbar, dass Deutschland in die Rezession rutscht. Man hat es aber eben versucht, lange schönzureden und die Menschen abzulenken und den Beruhigungspillen zu verabreichen. Und jetzt on top kommt noch eine schreckliche Prognose vom Internationalen Währungsfonds, vom IWF. Noch beunruhigender, laut diesem trübt sich das Geschäftsklima in allen Bereichen der Wirtschaft ein. Deutschland sei wieder der kranke Mann Europas. Schwer zu glauben also, dass eine bestimmte Branche der ganzen Industrie jetzt Auftrieb verleihen könnte. Und auf die deutsche Autoindustrie kann man diesbezüglich auch nicht mehr setzen. Naja, jetzt könnte man natürlich sagen... Ich sag mal so, meine lieben Freunde. Es ist auf jeden Fall cool, dass er auf Dinge aufmerksam macht. Und es ist, glaube ich, gerade als deutsche Bürger nicht schlecht, das zu wissen, in welche Richtung Deutschland gerade geht. Dass man so ein bisschen Gefühl dafür hat. Ihr könnt gerne das ganze Video unten in der Beschreibung abchecken. Für mich war das jetzt eigentlich genug. Die Dinge wiederholen sich mehr oder weniger. Und irgendwie finde ich auch, ja, ich weiß nicht, ich nehme da nicht mehr viel mit. Ich hatte eh schon das Gefühl, dass es mit Deutschland und Europa nicht gut steht, schon seit ein, zwei Jahren. Und ich glaube, mein Gefühl hat mich... Nicht, ich glaube, ich weiß, mein Gefühl hat mich nie enttäuscht. Ich glaube, wir kommen... Wir kommen... Also wir haben Zeiten vor uns, die rougher werden als die Zeiten zuvor. Und man muss stark sein. Man muss sein Bewusstsein trainieren. Man muss körperlich am Start sein, Sport machen. Man muss sich einfach wappnen für eine Zeit, die rougher wird als die Zeit, die wir kennen. Und wir werden parallel dazu schwächer gemacht. Mit den ganzen Agendas und diese ganzen Sachen, die durchgezogen werden. Aber wir müssen halt dagegen halten, dagegen arbeiten, auf uns hören und unser Bewusstsein steigern, unseren Körper trainieren. Einfach ein stabiler Mensch sein in allen Bereichen. Ein liebender Mensch sein, ein bewusster Mensch sein, ein guter Mensch sein. Und dann wird auch alles gut werden am Ende des Tages so. God, that's great. Ich küsse eure Zirbeldrüse, meine lieben Freunde. Gerne eure Gedanken dazu unten in die Beschreibung. In die Beschreibung, sage ich. In die Kommentare rein. Ich liebe euch. Gang.